Wenn Bert Cooper sozusagen vor einem Herzanfall stand, dann wäre das wohl so oder so passiert. Und das Geld, das ich genommen habe? Mr. Nebjer kann Sie natürlich jetzt wegen Einbruchs verklagen, aber nach allem, was er vorhin sagte, glaube ich, brauchen Sie nicht so schwarz zu sehen. In unserer Kriminalhörspielserie Auftrag für Quentin Barnaby hörten Sie Heißer Wunsch von Philipp Levine. Die Personen und ihre Sprecher waren Ton und Schnitt Ludwig Gross und Liane Meiser Regie Otto Düben Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks mit dem Bayerischen Rundfunk.